Wir sehen uns, dass wir alles hier mitmachen. Wir nehmen alles hier mit. So, haben wir Angriff der Udam abgeschlossen. Hahahaha. So, was jetzt? Sind wir jetzt wieder im Dorf, oder sind wir immer noch hier? Ist schon sehr verdächtig, dass wir ein Ladebild schon mal haben. Ja, wir sind wieder zu Hause. Oh, man, da sind aber viele von uns... Oh, auch sie wurde verletzt, oder? Alter, das geht aber voll die muskulösen Beine, Alter. Gefällt mir. Schadja... Palhu Winjamarirsh! Schadja... Palhu Udamari... Winja Baltascha... Gwaipamas! Schaus... Wuls dausam... Sanakwaitashanshi... Parishai... Salwa Winjamarwa! Machi... Samigartiji Napa... Winjai... 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 Udam! Uds Wut! Der Kampf um Oros beginnt! Wir kriegen täglich Rohstoffe geliefert... Okay... So... Drücke... Wenn ja... Wenn ja... Ah! Jetzt können wir NPCs suchen! Ein neues Dorf! Tja, aber ich frag mich, was mit der Salja ist... Die hat auf jeden Fall... Irgendwie... Einen persönlichen Hass gegen Ul... Natürlich, er tötet die Venja... Das ist klar, wir sind im Bürgerkrieg... Das ist einfach nur ein reines Abschlachten hier... Okay, da, da und da... Tja, ich würde mal sagen, dass das hier die meisten Sachen sind... Würde ich mal sagen... Gehen wir doch mal hier nach... Jaima... Die Jägerin... Klingt ganz gut... Mittel... Was haben wir denn hier? Captain Bryce... Macht auch mit... Voga... Der Handwerker... Hm... Könnte Verbündeter sein... Handwerker sind immer gut... So... Und... Garage... Der Krieger... Alles Mittel... Erstmal ganz gut... So, wir haben auch sehr viel entdeckt... Gefällt mir... Gefällt mir sehr gut... Ja... Alles klar... Da, da ist ein Kind... Guck mal, den habe ich doch gesucht... Ich muss... Hey, da gerade so... Ich habe da einen Splitter hinten drin... Kannst du rausziehen? Das ist die falsche Höhle... Wo ist denn die... Ach so... Ah... Hier gibt es noch eine andere Höhle... Ich dachte, dass wir... So... Ach so... Ich habe mich schon gewundert, warum die hier übrigens auch zu ist... Da kann man doch her... So... Wir sind 17... Anscheinend sind dort nicht so viele gestorben... Wir waren vorher auch schon 17... Naja, vielleicht waren es mehr... Und dann sind es auf einmal jetzt wieder 17... Kann ja auch sagen... Und sie war 17... Zum ersten Mal im Leben... Was ist das? Ach so... Ziegenköpfe... So... Dann komm her... Machen wir mal öffnen... Mal gucken, was er für uns hat... Ah... Quabedi... Quabedi... Selber Quabedi... Oh nö... Und jetzt auf Ex oder was? Und jetzt auf Ex oder was? Hahahaha... 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 Bruder... Hahahaha... 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 Also mal ganz ehrlich jetzt... Also... Ihr wisst, ich bin eigentlich dafür, USK abzuschaffen... Aber diese... 16... Ich möchte das nur mal betonen... Dieses Spiel ist ab 16... Hammer... Harte Kacke, Alter... Vision des Eises... Ah... Wahrscheinlich treffen wir gleich den Eishock... Uh... Da sieht ihr immer richtig schön aus... Ich glaube, ich hab grad Pferd... Hörn gehört... Die Kälte tötet die Leute... Warum sterben die? Weil du keine Kleidung hast... Oh... Wollte gerade sagen... Mit einer Brust... Das muss ich rauszensieren... Mein Klapper... Mein Klapper... Mein Klapper... Mein Klapper... Mein Klapper... Hey... Das ist ja... Alter, was ist denn mit dem passiert... Der Typ, Alter... Gib her, das ist meine... Ah... Hier, guck mal... Fruchtbarkeit von dicken Frauen... Alles klar... Mein Klapper... Mein Klapper... Eine dicke Frau als Statue... Fruchtbarkeitssymbol... Eine Göttin... Erinnert mich irgendwie an die 13. Krieger... Alter... An den 13... Wow... Die Keule gefällt mir, Alter... Geil... Willkommen bei Eishoft... Im Herzen... Ja, genau... So sieht es momentan noch aus bei mir... Geil... Oh, guck mal, wie viel Energie wir haben... Uh... Wir müssen uns richtig mit den... Wir kloppen uns mit denen... Okay, die fliegen mal richtig weg... Wir kloppen uns mit denen... Was? Sie... Ha, ha, ha... Die lüben Zwecken werden zu Eis... Nein, wir müssen den Frauen helfen... Oh, jetzt kommt... Scheiße, wir konnten wir nicht helfen... Ist sowieso alles hier in Visionen... Ist alles mit Weeren... Woa! Rösch! Fehler! Was ist hier los? UL schickt alle! Nein, die UL schickt alle! Nein, die UL schickt alle! Nein, die Takedown geht nicht! Komm her! Komm her! Komm her! Buh! Okay, es wäre dann klöpplich nun gar nichts! Das machen wir mal mit Leichten hier drauf! Eine Vision! UL! Die UL Damen machen eine Hungersnow durch mit die Kälte und so! Oah! Oah! Gut getroffen! Wahrscheinlich der Anfang der Eiszeit! Wäre auch geil, wenn wir... Das heißt geil, aber... Oah! Was ist das denn für einer? Den machen wir erstmal nicht! Wir machen erstmal den hier! Der hängt mir ein bisschen zu aussätigt hier! Oh ja! Alter, selbst einen schweren Angriff! So, haben wir! Achso, das war ein Zweidicke! Ja, anscheinend Hungersnot mit Kälte! Die ahnen etwas, das wahrscheinlich die Eiszeit ranfricht! Okay! Udam suche Segen! Uh! Da ist die dicke Göttin! Die Steinfrau hört ihre Rufe! Da ist sie doch! Wie soll ich mir folgen? Wow! Okay, jetzt wissen wir, warum wir hier folgen! Ganz schön agil, die Frau! Für ihre Kompulenz! Guck mal her! Ähm, wollen wir mal... Ein bisschen sehr laufen hier! Wow! Okay! Die dicke Frau mag das nicht! Müssen aufpassen! Wir müssen dann hier ran, ohne dass sie uns erwischt! Okay! Ah! Wie wehrt sich die Frau! So mag ich's! Kleine Spiegelchen! Guck mal! Die undern... Die... Wunderbare spielen! Okay! So! Dann haben wir einen aufs Maulraum! Interessant! Diese Uldamen haben auch irgendwie... was weißes im Gesicht, ne? Als wenn sie sich das Gesicht bemalen! Okay! Wie soll ich jetzt da rankommen? Anscheinend einfach... Ich laufe mal durch! Mal gucken, was passiert! Ja, ich muss durchlaufen! Ich wollte gerade sagen, ich kann hier auch keine andere Waffe auswählen, außer diese Keule! Hier sind Leute... Die können wir nicht kaputt hauen! Aber die werden lebendig! Wie wenn die wegklatschen, Alter! So übertrieben! Jetzt wissen wir, wie das Spiel auf leicht wäre! Warte, ich will doch mal rechts gucken! Oh! Ich will wissen, was da rechts ist! Kann ich auswählen? Ich weiß nicht! Kriegen wir auch noch einen vor Smallground! Alter, der duckt sich! Hättest du mal nicht... ...gemacht, Alter! So! Hier sind wieder Bogenschützen, dann müssen wir laufen! So, halte! Ah! Ich kann die... Ah! Ich kann die Keule schmeißen! Boah! Die Hau haben wir ne... Okay, ich hab keine Keule mehr! Das war ne sehr schlaue Idee! Okay! Jetzt hab ich wieder ne... Dicke, Alter! Nur Dicke! Was ist denn hier los? Wahrscheinlich muss ich erst die... Scharfschützen da oben weghauen! Oh, den Schädel ein, Alter! Wie kommen wir denn da hin? Gar nicht! Das war ne! So! Mach das! Nicht! So! Den haben wir... Warte! Warte, ich bin mir hier drüber! So! Den haben wir auch! Oh, hier, komm her. Halt, aber auch aus, Alter. Brüchen, Kugel, fahre aus dem Maul, Alter. So, den haben wir. Noch mehr. Keiner da, okay. Hallo, Gnädigste. Was? Okay. Warum sterben wir? Weil ihr Menschenfleisch isst. Wahrscheinlich werde ich auch gleich an Cannibalismus oder so sterben.